Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier von Holstein Kiel vor unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Anpfiff ist am Samstag um 13 Uhr. Aktuell sind noch einige wenige Restkarten verfügbar. Wir rechnen bis Samstag allerdings mit einem ausverkauften Haus und daher werden die Tageskassen im Heimbereich voraussichtlich nicht geöffnet sein. Wir warten zudem aktuell fast 1500 Gästefans und das heißt, dass noch ein paar Gästekarten verfügbar sind und diese können dann auch, sofern sie dann noch verfügbar sind, am Samstag an der Gästetageskasse im Spieltag gekauft werden. Alle, die mit dem Auto kommen, können wie immer die Stellflächen rund um das Stadion nutzen, wie zum Beispiel das Nikola Tesla Parkhaus im Wissenschaftspark. Für alle Gästefans gibt es den Parkplatz in der Leibnizstraße, aber aufgrund des Streik des ÖPNV wird es keine Shuttlebusse an diesem Spieltag geben. Das heißt, weder von dem Parkplatz in der Leibnizstraße noch vom Bahnhof die X-Linien. Das bitte ich bei der Anreise dieses Mal wirklich zu beachten. Dann gibt es noch eine entscheidende Neuerung und zwar von der Projensdorfer Straße gibt es eine Zuwägung in Richtung Stadion. Von dort können Fußgänger und Fahrradfahrer an das Stadion kommen, sofern sie eine gültige Karte für den entsprechenden Spieltag haben. Die Straße wird zwei Stunden vor Spielbeginn geöffnet. Zudem müssen alle Fahrzeuge, die eine Parkberechtigung auf dem Vögelplatz oder aber auf dem Parkplatz West haben, ab sofort darüber dann auch anfahren am Spieltag. Alle Infos dazu aber auch noch einmal auf unserer Homepage holstein-kiel.de. So, jetzt kommen wir zum sportlichen Teil und da begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Marcel Rapp hier oben auf dem Podium. Marcel, sind auf deiner Liste? Weitere Ausfälle neben Vita Arp und auch Will Wagner. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Keine Ausfälle jetzt erstmal. Kalle Johansson und Benni Pichler haben das Training gemacht. Die werden noch gesteuert ein Stück weit, aber können die Einheiten dann alles absolvieren. Fragezeichen ist noch unter Skripski und Bernardsson. Bernardsson hat eine Bauchmuskelzerrung oder auf jeden Fall Probleme mit der Bauchmuskulatur. Steven Skripski ist jetzt, der wird individuell belastet. Da muss man mal schauen, was heute und morgen noch passiert mit ihrem Körper, wenn sie mal ins Training einsteigen. Da sind noch zwei Fragezeichen, aber alle anderen sind gesund. Ja, vielen Dank Marcel. Dann kommen wir zu den Fragen der Kollegen von der Presse und starten mit Matthias Herrmann von den Kieler Nachrichten, bitte. Moin Peer, moin Marcel. Gestern hat ja auch die zweite gespielt, Philipp Sander unter anderem. Ich glaube, Mikkel Kierkisko auch. War das bei Sander so geplant, weil er ja gesperrt ist. Ganz willkommen, dass er so im Rhythmus bleibt. Ja, genau. Beide brauchen Wettkampfhärte. Das können wir denen einfach übers Training dann doch nicht eins zu eins abbilden. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Zeichen. Ich glaube, wir erzählen nicht so viel, sondern wir machen einfach Dinge, die uns besser machen oder auch die Jungs machen Dinge, dass sie, wenn sie dann spielen, dass sie maximal gut performen können. Ich glaube, das ist ja ein Zeichen, wenn der Kapitän von der ersten Mannschaft in der zweiten Mannschaft spielt, irgendwie sein Ego abwirft. Und ich glaube, dass das ja so die Kultur bei Holstein Kiel ist, weil letztes Jahr bei Hauke Wahl so, jetzt ist es bei Philipp Sander so. Mikkel Kierkisko auch ein sehr erfahrener Spieler, der vielleicht auch sagen könnte, ich brauche das in der Regionalligaspiel, mir reicht Training. Und trotzdem sagen sie einfach so, wir wollen spielen, wir wollen maximal performen, wenn wir dann in der zweiten Liga ran müssen. Und ich glaube, da muss man mehr netter zu sagen, wie dass sie da gespielt haben. Ja, nächste Frage, dann bitte einmal Mike Brockstedt von RSH. Ja, guten Morgen Marcel, guten Morgen Per auch von mir. Jetzt kommt der KSC mit zwei 4 zu 0 Siegen im Rücken, zuletzt dann auch gegen Fürth, die da oben ja auch immer noch mitspielen. Wie stellt ihr euch auf den KSC ein, damit ihr da auch nicht unter die Räder kommt, sag ich mal? Ja, KSC kommt mit sehr viel Selbstvertrauen, mit guten Ergebnissen im Rücken. Eine Mannschaft, die sehr laufstark ist, die sehr kompakt verteidigt, die egal welcher Stürmer quasi spielt, schießt ein Tor. Also da muss man, glaube ich, schon auf der Hut sein. Auch, glaube ich, eine Mannschaft mit einem guten Zusammenhalt. Da kommt schon was auf uns zu und trotzdem, glaube ich, auch viel entgegenzusetzen. Werden uns was einfallen lassen, in Anführungszeichen. Werden einfach auch versuchen, Schlüsse aus dem Spiel von Berlin zu ziehen, wo wir dann, glaube ich, alle gesehen haben, dass wir viel den Ball hatten, aber irgendwie gefühlt nicht so viel damit anfangen konnten, was eher ungewöhnlich ist für uns. Das war so Thema der Besprechung. Das war auch Thema von der Trainingswoche. Das wollen wir dann auf den Platz bringen. Ja, dann wird der Lars Gröning vom NDR. Ja, auch guten Morgen von mir natürlich. Sie haben es gerade angesprochen, so auf den Platz bringen. In der Tabelle alles gut, jetzt fehlt noch so ein bisschen die Konstanz, zumindest was die Punkte angeht, in der Rückrunde zumindest. Wo fehlt es da Ihrer Ansicht nach noch gerade? Ja, das habe ich ja schon öfters erwähnt. Es ist, glaube ich, nicht so einfach bei uns immer die personelle Situation. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor, dass wir jetzt auch nicht so eingespielt sind und so die Dinge so irgendwie so einfach aussehen lassen. Und trotzdem, glaube ich, ist das Wichtigste von allem so die, man sagt immer so die Mentalität, aber ich glaube, unsere Jungs haben schon eine gute Mentalität. Also die halten zusammen, die geben immer alles und das ist die Basis für alles. Und das andere erarbeitet man sich. Da ist man mal ein Stück weiter, wie vielleicht Ende der Vorrunde, wo dann so die Dinge irgendwie automatisch funktioniert haben. Aber weil auch die Rahmenbedingungen ein bisschen anders da waren, jetzt tun wir uns ein bisschen schwerer. Wir wissen, woran das liegt. Und trotzdem sind wir immer wieder dran, so da Schritt für Schritt besser zu werden. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir jetzt gerade am Samstag den nächsten Schritt nach vorne machen. Ja, dann bitte ich kurz um das Handzeichen für die nächsten Fragen. Matthias, bitte. Ja, du sprachst eben schon Trainingsinhalte an und du hast ja auch nach dem Hertha-Spiel gesagt, dass so ein bisschen diese tiefen Läufe gefehlt haben. Das war ja jetzt aber auch, sage ich mal, eine besondere Situation mit der Abwehr von Hertha, wie die gestanden haben. Wie erwartest du denn KSC? Ja, jetzt auch, denke ich, schon kompakt verteidigend, aber jetzt vielleicht auch zehn Meter höher wie Berlin. Aber grundsätzlich erwarte ich jetzt nicht einen Gegner, der uns vorne anläuft. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir hatten schon öfter solche Gegner, die so spielen. Also, aber wir haben halt schon bessere Lösungen gefunden. Und jetzt gerade in Berlin war, das war alles nicht so, hat sich nicht so richtig cool angefühlt, so als Trainer, wenn man sieht, so die Positionierung auf dem Feld, wie wir uns verhalten haben, wie schnell der Ball gelaufen ist oder wie langsam der Ball gelaufen ist. Das hat schon immer ein bisschen was mit dem Gegner zu tun. Aber das ist ja die Challenge für uns, dass wir unser Spiel durchziehen müssen und uns dann nicht irgendwie vom Gegner anstecken lassen. Und das haben wir besprochen. Das ist immer relativ einfach, das zu besprechen. Man hat es trainiert. Das ist schon mal der erste Weg zur Besserung. Jetzt müssen Sie die Jungs noch auf den Platz bringen. Ja, Mike, bitte mit der nächsten Frage. Ja, wenn man so will, seid ihr ja die Mentalitätsmonster in der zweiten Liga gegen Pauli zurückgekommen. Da hat zwar leider nicht mehr ganz gereicht, aber auch gegen Berlin nach einem 0-2-Rückstand noch einen Punkt geholt. Wie weit ist das auch Thema in der Mannschaft, dass man sagt, Mensch, wir haben so eine gute Moral, wir können echt alles schaffen? Ja, klar. Jedes Comeback gibt dir Selbstvertrauen. Auch wenn man dann auch noch mal so die Stimmung in der Kabine, auch beim 0-3 St. Pauli oder jetzt 0-2 Berlin, das ist dann nicht, dass die Jungs niedergeschlagen sind, sondern die Jungs wissen schon so, lass uns ein Tor machen, dann kommen wir wieder ran. Und ich glaube, das ist das, was Holstein Kiel auszeichnet. Auch nicht nur seit der Saison, sondern auch schon die letzten Jahre. Und das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, dieses Never Give Up. Das wollen wir weiterführen. Und ich glaube, das haben die Jungs hier rein in der Saison eindrucksvoll bewiesen. Lars, bitte. Ich weiß, Ihr Blick geht nicht so ganz zack auf die Tabelle, aber so mal dran vorbei, ja vielleicht dann doch irgendwie am letzten Wochenende dann ja mit dem Unentschieden natürlich dann irgendwie im Aufstiegsrennen so ein bisschen einer der Gewinner gewesen da oben. Beißt man sich trotzdem manchmal noch so irgendwo auf die Finger oder so, wenn man dann denkt, Mensch, das hätte noch ein größerer Schritt werden können? Oder ist der Blick da noch egal? Ja, man guckt schon auf die Tabelle, aber was ich immer wieder betone, das ist unterm Strich egal. Zum Schluss geht es darum, wie wir Fußball spielen. Und ich glaube, wenn wir so Fußball spielen wie gegen Berlin, dann brauchen wir gar nicht auf die Tabelle gucken, weil dann werden wir nicht mal so viele Punkte holen. Wir müssen besser Fußball spielen, dass wir das können, haben wir bewiesen in der Vergangenheit. Die Moral ist da, das ist top. Wir müssen fußballerische Schritte nach vorne machen. Da bin ich zuversichtlich, dass es am Wochenende gelingen wird. Wir haben ja auch gegen St. Pauli ein gutes Spiel gemacht, aber das ist das Entscheidende. Und nicht auf die Tabelle gucken und dann danach zu überlegen oder sich zu freuen, was die anderen machen, das bringt nichts. Sondern man muss auf sich gucken. Wir müssen eine stabile Leistung zeigen und das gilt. Ja, Matthias, bitte. Ja, Moral und Comeback, sag ich mal, schön und gut. Aber noch besser wäre es ja eigentlich, nicht in den Rückstand zu geraten. Ist das deiner Meinung nach immer noch ein Ticken, was, sag ich mal, zur defensiven Stabilität fehlt oder sind das einfach teilweise auch Fehler, die man in Kauf nehmen muss? Ja, ich finde immer so, defensive Stabilität ist für mich so ein bisschen, ich gucke das Spiel an und sehe irgendwie in der Struktur, wir laufen schlecht an oder der Gegner hat immer irgendwo einen freien Spieler, dann würde ich sagen, das ist defensive Stabilität, wo fehlen würde. Wenn jetzt der Philipp Sander einen Rückpass spielt, der zu kurz ist, dann tue ich mir irgendwie schwer, von irgendwie Defensivschwäche zu sprechen. Das ist einfach ein individueller Fehler, der mal passieren kann bei einer Mannschaft, die mehr den Ball hat oder die viel dem Ball hat, die macht halt auch mal einen Fehler. Das sollte nicht so oft passieren. Aber das dann so irgendwie zu sagen oder pauschalisieren, ja, defensiv sind die schlecht, nur weil jetzt einer mal einen Fehlpass spielt, das sehe ich als Trainer nicht so. Aber das zweite Gegentor finde ich dann schon was anderes. Auch da, individuell muss man besser verteidigen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass Holstein Kiel nicht gut verteidigen kann, sondern ich sehe einfach individuelle Fehler. Teilweise ist es vielleicht auch manchmal im Alter geschuldet. Ja, gerade das zweite Tor, Tabakowitsch, richtig guter Stürmer. Colin da vielleicht noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber das ist ja auch der Weg, den wir gehen, dass wir dann auch mal einen Fehler machen können. Die Jungs dann aus dem Fehler lernen, im nächsten Spiel machen sie es einfach besser. Und von dem her, glaube ich, liegt es nicht an der defensiven Stabilität. Wir kriegen zu viele Tore. Das müssen wir abstellen. Aber wir haben jetzt nicht grundsätzliches Problem, finde ich, mit verteidigen. Ja, Mike, bitte. Ja, Marcel, jetzt kommt mit dem KSC dein Jugendklub hier an die Förde. Solche Spiele sind natürlich dann immer besonders, kann ich mir vorstellen. Du kennst Trainer Christian Eichner ja auch sehr gut. Was bedeuten dir solche Spiele dann immer? Ja, bedeuten, dass ich Leute treffe, die ich lange nicht gesehen habe. Und ich freue mich, die zu treffen, dass ich viel Besuch bekomme von der Heimat. Das bedeutet es mir. Aber wenn das Spiel dann losgeht, ist es ein ganz normales Spiel. Und trotzdem habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn der Spielplan rausguckt, dann gucke ich schon immer als erstes, wann wir gegen KSC spielen. Okay, gut, dann weitere Fragen? Kurzes Handzeichen. Matthias, bitte noch mit einer Nachfrage. Ja, noch sozusagen Abschlussfrage. Rutscht dein Deutsch dann noch weniger aus dem Hochdeutschen raus, wenn denn so viele KSCler hier sind? Wahrscheinlich in der Pressekonferenz nach dem Spiel des Hochdeutschen ein bisschen schlechter werden, wenn ich davor mit einigen Karlsruher geredet habe. Also ich freue mich einfach, Leute zu sehen. Es gibt jetzt nicht immer so viele, aber es gibt schon noch ein paar. Aber dann ist die Zeit ja trotzdem begrenzt, beim Spiel da mit denen zu quatschen. Und trotzdem freut man sich. Ja gut, dann scheint es keine weiteren Fragen zu geben. Dann danke ich für die Teilnahme an der Pressekonferenz hier von Holstein Kiel. Und wir sehen uns im Holstein Stadion am kommenden Samstag. Vielen Dank. Tschüss.